Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und ich zeig euch heute, wie man X.O. von Beyoncé spielt, beziehungsweise in einer John Mayer Cover-Version. Ich spiele es euch einmal kurz an und dann geht's gleich los. So, ihr kennt den Song und es ist relativ übersichtlich von den Griffen her. Es geht erstmal los mit einem C-Dur. Dann kommt von dem C-Dur eigentlich nur noch Variationen und zwar Cmaj7. Hier geht es so, dass ihr einfach den Zeigefinger wegnehmt. Und dann noch ein Cmaj7-6, könnte man dazu sagen. Dazu legt ihr den Zeigefinger jetzt einfach hier auf die G-Seite in den zweiten Bund. Klingt so allein ein bisschen schief, aber im Kontext kommt der gut. Und dann kommt als einziger anderer Akkord in der Verse, kommt dann noch ein F. Den müsst ihr jetzt aber so greifen, dass ihr es mit dem Daumenumgriff macht. Das heißt, ihr greift mit dem Daumen hier die tiefe E-Seite im ersten Bund. Dann mit dem Ringfinger die B-Seite im dritten, mit dem Mittelfinger die G-Seite im zweiten und dem Zeigefinger die B-Seite im ersten Bund. D-, G- und B-Seite. So habe ich, glaube ich, gesagt. Und die hohe E-Seite spielt ihr nicht mit. Das heißt, sie dämpft ihr am besten mit dem Zeigefinger irgendwie ab, indem ihr sie so ein bisschen schräg legt. Die A-Seite natürlich auch. Die müsst ihr dann gucken, dass ihr die entweder mit dem Daumen oder mit dem Ringfinger hier abdämpft. Wobei es nicht so schlimm ist. Ihr könnt auch die hohe E-Seite mitspielen. Die A-Seite sollte nicht mitklingen, aber die hohe E-Seite. Kann man mitspielen, dann ist es halt eine F-Major 7. Aber ich dämpfe sie meistens ab. Genau. Und dann gibt es nur noch eigentlich den Refrain. Da kommt, das fängt wieder an mit C. Dann geht es weiter mit A-Moll. Dann kommt F. Und G. Und mehr Akkorde gibt es in dem Song gar nicht. So. Was den Ablauf angeht, machen wir jetzt einfach erstmal weiter mit dem Strumming-Pattern. Ich spiele es jetzt gerade mit, also ich schlage gerade mit Fingern. Ihr könnt es auch mit dem Plektrum machen. Wenn ihr es mit Plektrum macht, würde ich euch empfehlen, ein relativ weiches Plektrum zu nehmen, weil die ganze Zeit durchgeschlagen wird. Und wenn man ein zu hartes Plektrum hat, dann klingt das ein bisschen zu doll. Also weich heißt für mich so 0,5, 0,6, 0,4, irgendwie sowas um den Dreh. Je nachdem, wie starke, wie dicke Seiten ihr auch habt. Es ist jetzt eigentlich so, dass das Sechzehntel, glaube ich, sind die geschlagen werden. Ich erkläre es einfach mal mit Achteln. Das ist leichter nachzuvollziehen, auch vom Zählen her. Und es ist jetzt so, dass ihr wirklich komplett alle Schläge durchmacht. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dabei setzt ihr jetzt immer eine Betonung auf 1, 1 und 2 und 3 und auf die 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann ist es so, dass immer auf die Vier des ersten Taktes der Akkordwechsel stattfindet, beziehungsweise Akkordwechsel. Auf die Vier des ersten Taktes wechselt man dann von C-Dur auf C-Major-7. Und dann bleibt man für den dritten Takt auf C-Major-7 und wechselt da auf die Vier, auf dieses, ich nenne es jetzt mal C-Major-7-6 oder C-6-Major-7. Könnte man bestimmt auch anders darstellen, aber ich finde, das hat so als tonales Zentrum immer noch das C, also es ist nach wie vor ein C, deshalb würde ich den so bezeichnen. Also es klingt dann 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Und im Kontext klingt das dann so. Das wiederholt sich dann, wie ich es gerade gespielt habe. Dann kommt F. Und da macht ihr jetzt, also ihr solltet es deshalb als Umgriff greifen mit dem Daumen, weil ihr dann hier noch den Zeigefinger wegnehmen müsst eigentlich. Das ist dann ein... So ein Kreuz-Elf-Akkord. Oder B5 würde vielleicht... Ja, es ist eher ein B5. Also F, B5. Weil hier das ist die Quinte und die wird dann halb und tiefer gemacht. Und man wechselt dann immer nur zwischen dem F-Dur und dem F-B5. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Bei dem F-B5 würde ich dann die hohe Seite abdämpfen, die hohe E-Seite. Das kommt vier Takte lang. Dann geht's wieder auf das C. So, das ist die komplette Verse, also acht Takte lang C mit diesen Variationen, vier Takte lang F und wieder vier Takte lang C. Und im Refrain spielt man dann im Prinzip die ganze Zeit nur... Also dann fallen diese Variationen weg, dann spielt man einfach die ganze Zeit C durch. Dann kommt vier Takte lang A-Moll. Dann zwei Takte lang F. Zwei Takte lang G. Und dann wieder C, vier Takte lang mit den Variationen. Irgendwas mit Crowd, ich kenne den Text leider nicht. Genau, also vier Takte C, vier Takte A-Moll, zwei Takte F, zwei Takte G und dann nochmal vier Takte lang C mit diesen Variationen. Oder auch, man kann ja da auch weglassen, indem man möchte. Und das kommt auch bei diesem letzten Teil, wo er oder sie dann singt. I love you, love XO. Und diese, ich weiß nicht, B-Teil, Middle Eight oder Letzte Hook. Ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnen soll. Aber da kommen auch wieder dieselben Akkorde wie im Chorus einfach vor. Und ja, hey, das ist schon der ganze Song. Und wenn ihr die beiden Teile jetzt übt, dann könnt ihr den ganzen Song spielen. Und ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Das war es schon wieder für heute mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Song-Tutorials oder Tutorials zum Thema Gitarre, dann sucht einfach meinen Channel. Lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefällt. Schreibt mir immer auch gerne Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und geht auf meine Homepage www.gitarrentons.de. Und dann bis nächstes Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020